Hallo und herzlich willkommen zu bezahlen-rechnung.de, Ihrem Rechnungskaufportal. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie bei Home24 auf Rechnung einkaufen können. Gehen wir direkt auf die Startseite von Home24. Hier oben sehen Sie auch sofort Ihre Vorteile, wie 30 Tage Rückgaberecht, kostenloser Versand und Rückversand und weitere Vorteile. Wählen wir uns jetzt aus einer dieser Kategorien ein Produkt aus. Sie sehen, in der jeweiligen Kategorie haben Sie zusätzliche Filter wie Farbe, Preis, Material und so weiter. Wählen wir uns ein Produkt aus den Top-Sellern aus. In der Produktansicht sehen Sie die Auswahlmöglichkeiten wie Farbe und die Anzahl. Kaufen wir mal dieses Produkt und links einfach in den Warenkorb. Im Warenkorb sehen Sie dann alle relevanten Infos, sehr wichtig. Hier sehen Sie auch die Lieferzeit. Wenn alles okay sein sollte, gehen wir weiter. Dann gibt es noch eine Bestellübersicht, wo alle relevanten Angaben wie die Zwischensumme, eventuelle Versandkosten, in diesem Fall keine, und diese Gesamtsumme. Sollte alles okay sein, gehen wir zur Kasse. Wenn Sie ein Kundenkonto haben, loggen Sie sich einfach mit E-Mail-Adresse und Passwort ein, sonst kreieren wir einfach ein Neukundenkonto. Wichtig ist hier der Unterschied zwischen Privat- oder Geschäftskunde. Geben wir mal alle relevanten Informationen ein. Wichtig ist, wenn Sie auf Rechnung bestellen wollen, dass die Rechnungsadresse gleich Lieferadresse ist. Hier ist zwingend ein Ja erforderlich. Natürlich ist auch eine E-Mail-Adresse und ein Passwort ist notwendig. Wählen Sie dafür bitte ein sicheres Passwort. Alle Felder, die okay sind, haben einen grünen Haken. Bei fehlerhaften Feldern haben Sie ein X. Hier sehen wir auch die Telefonnummer, welches ein Pflichtfeld ist. Geben wir mal eine Nummer ein. Lesen Sie bitte auch final die AGBs und die Datenschutzbestimmungen. In diesem Wert wird die Bonitätsprüfung erläutert. Wenn alles okay ist, einfach ein Häkchen rein und wir gehen weiter zum nächsten Schritt. Hier gibt es eine kurze Prüfung. Und Sie sehen die Zahlarten. Ich habe jetzt als Name und Anschrift Max Mustermann gewählt. Und wie Sie wahrscheinlich aus den Datenschutzbestimmungen gesehen haben, erfolgt da eine Bonitätsprüfung. Und hier kriege ich Rechnungskauf nicht angeboten. Das heißt, Home24, der Check hat ergeben, dass ich in diesem Falle keine positive Bonität habe oder Risiken für einen Ausfall der Zahlung besteht. Daher kriege ich Rechnungskauf nicht angeboten. Ich muss zwischen Vorkasse, Kreditkall und PayPal wählen. Hier gibt es auch optional noch einen Trusted Jobs Käuferschutz. Der kostet in diesem Fall 98 Cent. Gehen wir mal weiter mit den Zahlungsarten. Im finalen Step sehe ich die Rechnungsadresse, alle relevanten Daten, die ich hier auch noch ändern kann. Wenn alles okay sein sollte, klicke ich einfach auf Kaufen. Ich hoffe, das war ein kurzer Überblick über den Einkauf bei Home24 auf Rechnung.